Ja, leider große Niederlage nach wie vor. Mittlerweile hat also der Vorentwurfstext, der wohl auf der Homepage Baden-Württemberg von wir2020.eu steht, immerhin zwei Unterschriften gegenüber 200 Unterschriften für den Vorschlag von den Next Scientists for Future. Und während der Vorschlag von den Next Scientists for Future 60 positivste Kommentare erreicht hat, warum die Leute diese Petition unterstützen, ist es gerade mal eine, ja, so eine La-La-Kommentar bei dem Wir2020-Vorentwurf. Und jetzt gibt es ja nun keinen Hinweis, dass dieser Vorentwurf besonders schlecht sei, sondern dieser Vorentwurf von Wir2020 entspricht halt dem Niveau, das ohne die Next Scientists for Future halt erreichbar ist. Nämlich das violette Partei, die violetten erreichbare Niveau, ich habe mal nachgeschaut, die erreichen so bei jeder Wahl etwa 0,1 Prozent. Also das, was die Parteien, die Neuparteien, die Basis und wir 2020 bis jetzt machen, ja, das reicht für 0,1 Prozent. Dann kommen noch vielleicht ein, zwei Prozent dazu für die Beendigung der Corona-Maßnahmen. Und das war es dann wohl mit dem Potenzial dieser Parteien. Also nichts von einem Potenzial von 56 Prozent wie bei den Next Scientists for Future. Ja, das ist leider dann der falsche Weg. Also, aber der Witz ist, wahrscheinlich lernt auch niemand etwas wieder aus dieser krachenden Niederlage, weil jeder dann sagt, nein, unsere, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir entscheiden uns zwar mittlerweile gegen die echte Demokratie, wir entscheiden uns gegen die Basisdemokratie hier, wir entscheiden uns dagegen, hier soll ich eine offene, sozusagen Vorschlagsliste für den ersten Volksentscheid nach der Wahl zu, ja, eigentlich müsste den jede Partei offen stellen, also quasi, da darf dann jeder etwas anbieten als Vorschlag 6, 7, 8, 9 und so weiter. Aber bitte nur, wenn er sich grundsätzlich, also man muss, jeder darf arbeiten an diesem Volksentscheid, nur er muss, es muss sich vom bisherigen, von den bisherigen Vorschlägen deutlich unterscheidende, ja, also das heißt, jeder immer erst, muss immer erst prüfen, ist schon ein Vorschlag drin, der meinem gleicht, ja, und nur, wenn mein Vorschlag ganz anders ist, dann bitte schreiben und dann setzt den die Partei rein, oder man darf ihn selber reinsetzen, sozusagen, und die anderen können darauf, können weiter dran arbeiten, und so weiter, ja, also so müsste Demokratie stattfinden, ja, und stattdessen ist es so, dass zwar die, dass jetzt sozusagen hier auch aus so einer krachenden Niederlage wird man nichts lernen und wird jetzt nicht anfangen wahrscheinlich, ich fürchte das, ich, das ist meine Befürchtung, dass man nicht anfängt zu sagen, ja, okay, wir bauen diese Volksentscheide auf, aus, wir haben hier immer den, einen Reformvorschlag von den Next Scientists for Future und, und andere, die da gegen Kontra gehen und, und andere Modelle darstellen, und dadurch haben wir dann echte Demokratie und wenn wir dann am Ende in einem Volksentscheid die Wähler jeweils entscheiden lassen, alle drei Monate das abentscheiden lassen, was, immer drei Monate öffentliche Diskussion und dann Entscheidung, und, ja, und dann kriegen wir eine echte Demokratie, wenn wir nebenbei mit der Demokratisierungskette die, äh, die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme haben, die uns sofort Lobbyismus und Konzerneinfluss ein für allemal beendet auf die Politik, dann, äh, dann, äh, umgestift, völlige Neugestaltung der Medienwelt, äh, mit Demokratie pur, freie Argumente, Plattformen, Talkshows, die also die Vorübungen darstellen, die Demokratieeinübung darstellen, auch für die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, wo die Themen für die nächsten Volksentscheide gewählt werden und, äh, die, äh, die Herausforderer für die Ministerpräsidenten und Kanzler und so weiter, also für die, äh, wo die, die Möglichkeit besteht, dass, äh, eine Neuwahl, jedes Jahr eine Neuwahl erzwungen wird, werden kann, wenn eben neue Kandidaten da sind, äh, die so viel besser den Wählern erscheinen, dass sie also für, äh, also dann die Neuwahlen quasi möglich machen durch ihre Wahlentscheidung, ja, ja, also das wäre die Grundidee. Alle arbeiten gemeinsam an einem öffentlichen Volksentscheid der jeweiligen Parteien und je besser diese Arbeit an diesen Volksentscheiden ist, desto mehr werden die, diese Parteien dann auch gewählt, denn ich werde natürlich dann gucken, in welchem Volksentscheid, mit welcher Partei finde ich die besten Reformkonzepte, die mir am besten gefallen und die wähle ich dann als Partei, weil diese Partei wird mir ja das dann als Volksentscheid vorlegen, wo mein Lieblingsvorschlag drin ist. Nehmen wir mal an, mein Lieblingsvorschlag wäre jetzt hier der Vorschlag von den Next Scientists for Future. Dann würde ich natürlich gucken, welche Parteien haben diesen Vorschlag in ihren Volksentscheid-Entwürfen schon drin und die kann ich dann wählen und alle, die dann zum Beispiel diesen hochkompetenten Vorschlag nicht drin haben, die wähle ich dann eben nicht. Und so funktioniert dann die Demokratie, so dass dann Parteien eigentlich Lieferanten von Volksentscheids-Wahlalternativen sind. Und wer das dieser Arbeit besser macht, ja, der, wer so zum Beispiel in seiner Partei auch interne Experten hat, die zufällig auch mal selber einen Top-Vorschlag entwickeln können und entwerfen können, ja, die werden dann halt gewählt. Und dieses Einseitige, dass sich jede Partei fixiert auf nur einen einzigen Vorschlag und dann sagt quasi friss oder stirb, das ist doch schon ein Fehler an sich, das ist doch schon wieder eigentlich antidemokratisch. Und im Moment befinden sich ja wir 2020 und die Basis schon wieder auf diesem Weg der Einseitigkeit, die anderen Seiten nicht zu hören, sondern auf dem Weg der Ausschließeritis. Nur die Fraktpartei unterscheidet sich davon. Die Freie Argumente Kulturpartei, und das ist auch die kleinste, ist erst im Entstehungsprozess, da werden ja auch noch Leute gesucht, die da mal richtig mit anpacken. Das wäre dann die erste und einzige gute und wählbare Partei, die nicht einseitig wäre, denn die genau das machen würde, nämlich hier offenen Volksentscheid und sammeln und im Fraktforum diskutieren und, und, und. Und so wird das dann also sozusagen immer wieder diskutiert wird, welcher Vorschlag kann gestrichen werden, weil er identisch ist mit welchem anderen und, und, und. Ja, wo sind die entscheidenden? Dann arbeiten sich auch die Unterschiede heraus. Ja, zum Beispiel haben wir ja so einen Unterschied, dass bei den Reformvorschlägen, bei den Vorschlägen der Next Scientists for Future sehr oft eine Leistungsmessung drin ist und dann die positiven Anreize, also die Belohnungen gezielt gesetzt werden für positive, zum Beispiel Gesundheitsförderungsleistung und Krankheitsverhinderungsleistung aller Unternehmen in Deutschland und so weiter. Also jedes Unternehmen wird danach gemessen, ob es Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Kunden, Anwohner und Mitarbeiter nachweislich verbessert hat, sozusagen. Und danach richten sich die Verdienstzuschüsse und damit die Überlebensmöglichkeiten der Unternehmen in Deutschland. Und so, ja, so ist letztendlich, und das unterscheidet sich, während zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber solch eine gezielte Leistungsmessung nicht beinhaltet. Auch hier steht es auch, eine Messung der Wirkung auf Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlfühlen von Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern ist dabei aber nicht enthalten. Ja, also man sieht, und dann kann man sozusagen diese Volksentscheide so, kann man so gucken, wo sind die wesentlichen Unterschiede und dann kann man gucken, was sind die fünf bis zehn sich wesentlich unterscheidenden Vorschläge für eine Reform und die dann zum Volksentscheid stellen. Und man könnte natürlich dann auch so vorgehen, wenn dann in einem Volksentscheid eine Sache gewählt ist, dann kann man gucken, dass man von dieser Gruppe dieser Vorschläge dann noch wieder ein paar Varianten sozusagen sichtet und zulässt und dann das vielleicht noch beim nächsten Volksentscheid noch mal kurz nachwählen lässt, sodass man dann einen endgültigen Vorschlag hat, ja, dass man dann sowas hat, so, ja, dass man aber am Anfang erst einmal guckt, was sind die fünf bis zehn sich grundsätzlich unterscheidenden Vorschläge mit großen Unterschieden und dass man dann vielleicht im nächsten Durchgang sozusagen dann noch mal eine Feinjustierung macht, indem man den Sieger noch mal aufsplittet in kleinere Unterschiede, ja, noch mal vielleicht fünf bis zehn kleinere Unterschiede und dann müsste man den Definitiven haben. Und so könnte man dieser Flut der vielen Vorschläge Herr werden, indem man überall immer darauf achtet, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Vorschläge eigentlich fast identisch und wo sind wirklich grundlegende Gegensätze und Unterschiede und dass man erst von einer großen Unterschiedlichkeit ausgeht, dass man also erst sagt, wir nehmen hier zehn Vorschläge auf mit großen Unterschieden, bis zu zehn, mit großen Unterschieden, gucken dann erst einmal, wer dann gewinnt und dann machen wir von dem Gewinner noch mal zehn Varianten sozusagen mit kleineren Unterschieden und dann müssten wir es ja eigentlich schon haben. Es gibt dann wahrscheinlich nicht hundert Varianten des Gewinnervorschlags, sondern da müssten wir dann schon eigentlich hinkommen. Wenn sich zeigen sollte, dass es dann immer noch Streit gibt, dann macht man halt noch mal zehn Varianten, ja. Und so könnte man aus der Vielfalt dann eine Klarheit machen innerhalb kürzester Zeit, ja. So, Größenordnung. Wir haben ja auch bei den Demokratie-Talkshows ja auch dieses Prinzip, so maximal zehn unterschiedliche Experten in einer Sendung, vielleicht auch nur sechs, ja. Und dann Wahlvorgang, zwei, und dann kriegen drei Leute etwas mehr Redezeit und dann wird der Gewinner gewählt und der kriegt auch noch mal ein bisschen Redezeit. Und dann hat man also sozusagen letztendlich hat man so, oder man gibt dem Gewinner gar keine Redezeit mehr, weil er hat ja schon gewonnen, ja. Und so hat man dann immer sozusagen, hat man, ja, immer wieder das gleiche Prinzip, ein paar Wahlalternativen, über die entweder konsensiert gewählt oder gewählt wird. und dann machen wir aus zehn einem und dann wird der Zehner vielleicht auch noch mal in den Zehner aufgesplittert und dann gibt es quasi noch mal die Nachwahl und ja, und am Ende haben wir den endgültigen Sieger und der wird sofort umgesetzt. Schluck Wasser. Ja, das wär's doch, ja. Also, das Problem ist also hier, dass ich fürchte, dass die Parteien auch aus dieser krachenden Niederlage nichts lernen werden, sondern sagen werden, wir sind doch die Größten, weil dieser Größenwahnsinn ist ja da überall, überall die Leute, die, 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 die überall Leute, die noch nicht 30, 40 Jahre gearbeitet haben an dem Thema Staatsmanagement. Reformenentwicklung, ja, das kann man ja so nicht studieren, dass, da muss man Wissenschaften aller, da muss man eigentlich ein ganz breites Wissenschaft, eine ganz breite wissenschaftliche Ausbildung haben, um eben zu sagen, ich hab jetzt wirklich was drauf, um als Reformenentwickler Kompetenzen zu haben, ja. Und die Violetten, ja, die lernen ja auch nichts aus ihren 0,1 Prozent, dass diesen esoterischen Quatsch, ja, dass diese esoterischen Irrtümer einfach niemand hören will, außer ein paar verträumten, sich irrenden Leuten, ja. Also überall sozusagen der gleiche esoterische Irrtum. Wir verbieten, und wir haben dann auch überall so Phänomene, ja, und wie gesagt, und da laden jetzt die Parteien dann solche anthroposophischen Esoteriker ein, als vermeintliche Experten, als ob das Experten werden. Dann muss ich ja auch Zeugen Jehovas als Experten laden, oder Scientologen als Experten laden, ja. Wie komme ich auf die Idee, Anthroposophen als vermeintliche Experten zu laden? Das sind absurde Ideen, ja. Na gut. Wobei, wie gesagt, als Duellpartner für die Next Scientists for Future kann man das machen. Aber das ist eine Sache von zehn Minuten, wo die Next Scientists for Future dann erläutern, warum die Anthroposophen welche Zentralirrtümer aufweisen und für wen eventuell diese Zentralirrtümer dann vorteilbringende Irrtümer sind, weil sie so etwas wie leistungsloses Einkommen auf Kosten der Gesellschaft ermöglichen, zum Beispiel für Pädagogensparten, ja, für die Sparte der anthroposophischen Pädagogen oder der Wunderheiler oder Ähnliches, ja, wobei natürlich auch die Next Scientists for Future selbstverständlich für die Öffnung der Krankenkassen für die Wunderheiler sind, aber bitteschön mit gleichzeitiger beginnender Leistungsmessung in Bezug auf die gesundheitsförderliche und krankheitsverhindernde Wirkung dieser Wunderheiler, ja. Also Öffnung für alle, aber mit Leistungsmessung. Eine Öffnung für alle ohne Leistungsmessung, wie es die Anthroposophen gerne hätten, auch für ihre anthroposophischen Lehrer gerne diese Öffnung hätten, das geht nicht, sondern Leistungsmessung für alle bei Öffnung für alle, das geht. Aber leistungslose Einkommen, also das quasi das Anthroposophische, das ist eigentlich nur ein Lobbyismus für leistungslose Einkommen bestimmter Pädagogen und Wunderheiler. Und das kann nicht zu einem Staatsmodell gemacht werden. Das bedeutet nämlich den Ruin des Staates. Und deswegen werden solche Konzepte auch 0,1, betteln quasi darum, 0,1 Prozent zu kriegen. Ja, und in der Nähe solcher esoterischen, anthroposophischen, vorteilbringenden Irrtümer für bestimmte Sparten liegen dann auch wieder sozusagen solche Ideen, was wir ja gemacht haben in unserer Gesellschaft. Ja, da sieht man, wie gefährlich solche vorteilbringenden Irrtümer für die Restgesellschaft sind jeweils. Wir haben ja quasi in unserer Gesellschaft den klugen Karriereverfrauen, das Kinderkriegen mehr oder weniger deutlich verboten und lassen das Kinderkriegen die dummen Hauptschulabbrecherinnen machen. Und jetzt wundern wir uns, dass wir in den PISA-Studien immer mehr sehen, dass Deutschland immer dümmer wird und dass Deutschland auch im weltweiten Wettbewerb immer weiter zurückfällt. Ja, weil wenn die klugen Karrierefrauen keine Kinder kriegen, dann sind auch keine klugen Jungunternehmer da, die Arbeitsplätze schaffen könnten und so weiter. Und damit bricht uns die Wirtschaft langsam weg sozusagen und Deutschland wird ein ärmliches Land werden. Und genauso wie wir diesen Fehler gemacht haben, verbieten wir aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer, der Sozialspartler oder anderer Sparten, verbieten wir durch zeitintensive und zeitraubende und karrieregefährdende Machtbegrenzungswege den klugen Karrierefrauen und Männern die Demokratie mit Wirkung und überlassen das den Arbeitslosen und Ähnlichen, die nichts dagegen haben, mal einen Monat in einem Bürgerparlament für den Staat zu arbeiten und ihre Karriere sträflich zu vernachlässigen. Und dann wundern wir uns, dass wir dann lauter dumme politische Entscheidungen bekommen und dass die besten politischen Entscheidungen so gar nicht mehr möglich sind. Ja, das ist das Drama, das ist das Trauerspiel, mit dem wir zu tun haben. Ja, ich kann nur hoffen, dass aus dieser krachenden Niederlage also die Parteien etwas lernen und ansonsten kann ich nur hoffen, dass schnell etwas wird aus der FRAG-Partei, denn das sind die Einzigen, die echte Demokratie hier, echte Wahlalternativen Ihnen, liebe Wählerinnen, geben wollen, die also nicht nur über Basisdemokratie reden, sondern es auch tun wollen und es auch bisher wirklich praktizieren und sozusagen ja schon die Next Scientists for Future als einen von mehreren Experten ja quasi schon aufgenommen haben in ihren geistig so gedachten Volksentscheid sozusagen. Und die haben sich ja sozusagen schon zu diesem Volksentscheid-Modus bekannt. Und ja, ich kann das ja noch mal kurz zeigen, also wo findet man das zum Beispiel? Man kann jetzt hier hingehen, man kann mal hier hingehen und kann jetzt hier mal Wahlprogramme, dann sieht man das, das ist jetzt eine alte Homepage von uns, die nicht mehr alleine gültig ist, aber hier sieht man dann, hier sieht man noch mal diese, ach so, ich muss das noch rücken, diese Fünfer-Alternative und dann sieht man hier, manchmal gibt es nur drei Wahlalternativen bis jetzt, ja. Also das heißt, wir müssen alle noch daran arbeiten, dass die Volksentscheide wirklich mit allen echten Wahlalternativen unterschiedlichen Vorschlägen sich größer unterscheidenden zehn Vorschlägen erst einmal gefüllt werden und ja, und dann, Sie sehen es ja, überall kann man jetzt hier, ja, und dann hat man wunderbar, hat man diese Wahlalternativen und jede Partei, die das nicht macht, nämlich alle daran arbeiten zu lassen, an diesen Dingen hier, die wird scheitern, ja. Die Parteien können ja selbst den Daumen draufhalten, indem sie das Ganze dann jeweils immer nachkorrigieren und gucken, unterscheidet sich der neu eingetragene Vorschlag grundsätzlich von allen anderen oder wo kann man die beiden zusammenfügen oder aus zwei in eins machen, damit man nicht lauter gleichlautende Vorschläge hat, die sich nur einen Millimeter unterscheiden, sondern wirklich nur erst einmal nur die sammeln, die sich alle wirklich nennenswert unterscheiden und da als Obergrenze die Zehn einführen sozusagen und dann, wenn einer gewonnen hat, den dann wieder gerne aufsplittern lassen auf Zehn, falls dafür Bedarf besteht in der Bevölkerung und dann beim zweiten Volksentscheid drei Monate später die endgültige Entscheidung und dann sofortige Umsetzung. Man kann ja auch die Abstände dann etwas verkürzen, man kann sagen, dass man dann doch jeden, alle zwei Monate einen Volksentscheid macht und so kommt man dann nach vier Monaten zum Endergebnis, zum definitiven Endergebnis. Es sei denn, es hat sich gezeigt, dass man sowieso mit den zehn Vorschlägen gut ausgekommen ist und dann kann man schon nach einem Volksentscheid, hat man dann schon die endgültige Lösung. Nur wenn sich abzeichnet, es gibt mehr als zehn, dann müssen die Parteien ja hingehen und das runterknüppeln auf zehn, indem sie nur die zehn sich grundsätzlich unterscheidenden Varianten auflisten und die Leute dann vertrösten auf den zweiten Durchgang, wo dann, falls ihr Vorschlag gewinnt, aus ihrem Vorschlag dann nochmal bis zu zehn neue gemacht werden können und dann sozusagen alle ja letztendlich dann zufrieden sind, weil alles berücksichtigt wurde, ohne dass es völlig unüberschaubar geworden wäre. Und wenn sich herausstellen würde, dass zehn Wahlalternativen zu viel sind, dann macht man halt nur sechs oder so oder fünf hat man hier oder sieben oder neun, wie man will. Also man muss halt gucken, was geht und was funktioniert. Aber ich denke, mit zweimal nachfassen, also mit einmal nachfassen, müsste es dann endgültig den Sieger geben, wo es dann nicht mehr heißt, ja, ihr habt ja noch nicht alle Wahlalternativen berücksichtigt. Also irgendwann wird ein Punkt erreicht sein, wo es heißt, okay, alle Wahlalternativen berücksichtigt, keine Beschwerde mehr und dann kann er direkt auch umgesetzt werden. Ja, ach so, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Hier müssen wir jetzt hin. So, dann war es das für diese kurze wissenschaftliche Tagesschau. Tschüssi, bis bald. Weitere Weitere Also wir algorithmen von